Jo Leute, willkommen zum Zeichenspiel auf ApeCrimeTV. Und das funktioniert so für die, die es nicht wissen. Ich male jetzt einzeln... Nein, ich male die ganze Zeit etwas an die Tafel hier. Und André sagt irgendwann Stopp. Also ihr spielt gegen André. André sagt irgendwann Stopp. Und muss erraten, was es ist. Vor euch natürlich. Beziehungsweise ihr müsst das vor ihm erraten. Und er hat für das Ganze drei Versuche. So, dann fangen wir mal an. Drei, zwei, eins, go! Vier Ecke. Ein Versuch weg. Das hat schon wer. Das hat auf jeden Fall schon wer. Fertig war es? Nee, nee, nee. Also. Naja, dann bin er halt schon verloren. Weißt du es ja? Du hast es ja vorgeschrieben. Jetzt musst du doch schon wissen. Was soll denn das sein? Oh je, oh je, oh je. Achso, ja, toll. Nee, das war... So, es ist die Nyan Cat. Für die, die es erraten haben, schreibt es rein. Ob ihr vor André das erraten habt. Genau. Beziehungsweise André hat es ja gar nicht erraten. Also von daher ist ja auch egal. Hasta la vista. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.